Geht mal weg da, ich mach nen Stein rein. Alter, welcher Otto-Kopf. So, mach mal, halt mal, mach mal hier die, ich spürt die mal. Alter, was ist grün? Achso, Heiler, okay. Haha. He, äh, belebt mich mal bitte. Ich hab doch gerade alle wieder belebt. Na, ach so, jetzt lebe ich mal. Ah, ich bin Heiling Moon, ah ne. Mach die stärkste Mauer, die es gibt. Fanner ist fertig mit dem Download. Oh. Eher ASF ging gut, ASF. A, S, 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 A oder was? ASF. Gegen die komischen Viecher aus dem Aufzug. Äh, ich glaub, S, S, Q oder? Ah, S, Q. S, Q. S, Q. S, Q. Ja, geht auch klar. Okay, soll ich mal mehr Elementare beschwören? Lauf mir doch nicht vor die Flette. Lauf mir doch nicht vor die Flette. Oh, hinter mir. Wer von euch tötet mich die ganze Zeit? Hast du nichts Wesseres zu tun, oder was? Ja, Luca, was soll der Schild? Was denn? Toll, wer hat mich jetzt gerade umgebracht? Ich nicht, die Typen. Jetzt mal eben, bitte. Irgendwer von euch... Irgendwie seid ihr gerade alle ziemlich spassend. Ich greife mich gerade alle an. Marcel, du machst so hoch. Ich war da oben auf der Brücke und wurde dann leider getötet. Ich hab so ein Dinger umschertet. Marcel, du stehst da die ganze Zeit in der Ecke und machst gar nichts. Äh, tue ich gar nichts. Eben schon, doch. Äh, nein. Du bist immer noch und machst nichts. Stimmt doch gar nichts. Nicht an die Kugeln kommen. Irgendjemand resten. Toll, danke. Hallo, ich beschwör die ganze Zeit Elementare. Seht ihr das? Das ist doch noch mal. Nö, ich hab' gesehen, nur ein. Ich gehe jetzt nur ein. Alter, was macht die auch, Idioten? Ich bin weg. Nur ganz von der Map. Leute, Alter. Wer redet mir meine Schussbahn, ey? Wie blöd bist du eigentlich? Jetzt mal eben zweimal bitte. So, als nächste Welle. Ah, Totenherberg. Was bringt das denn so? Wie machst du so einen komischen Zombie? Soll, ich bin ne Klippe runtergebrüht. Oh, was kommt das denn? Wie ist das? Reiß, 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 reiß. Ich hatte gerade einer schwer verlangsam von euch. Jetzt bin ich... Kann irgendjemand resten? Ich bin tot. Ja, geht sofort los. Geben sie eine verlangsamung noch gleich? Ich mach sie jetzt, wenn ihr wollt. Soll ich? Ja. Ich hab mich grad selbst umgebracht, ich bin so... Hör sich aus, was in die falsche... rett's mal bitte. Retts! Jaaa! Alter, ich musste erst mal durch die ganzen Zauber durchschalten. Weißt du, was ich hier grad alles beschwöre? Ich hab dich gerätzt. Und jetzt mach ich Feuer da rein. Wow! Okay, ich mach auch zwar gar nicht hier ne Rundtuch in der Armee. Ich seh ich grad. Ah, jetzt brennen sie. Super. Was ich an dem Spiel auch noch geil finde, dass man halt... Ja, töten ruhig die Zombies. Jungs, das sind unsere Leute. Na dann? Ja, das ist voll die Armee hier. LOL! Guck was dagegen effektiv ist. Ich mach Zeitzerrung. Guck was dagegen effektiv ist. Okay, Wasser und Blitzhüter. Ne, Wasser und Dings, Feuer. Feuer und Stein. Prost, Prost bringt's gut. Kesseln ein ein. Was bringt's gut? Alter! Untot. Eis! Ich bin tot. Na ja. Ich versuche weitere Tote zu beschwören. Aber nicht ruf. Ich versuche weitere Tote zu beschwören. Aber nicht ruf. Das sind die falsche Bub. Ah, ne, das ist so ein Schild. Ich hab' die Bubbel. Ich kann die Bubbel. Bin ich. Na, hinfüß dich das schlägt. Lauf! So, ich hab' Bubble. Ah, jetzt sind die Bubbel. Ah, jetzt sind die Bubbel. Wie kommt nicht mehr raus? Stell' mal ne Bubbel hier unten. So. Was machst du? Ah! Rätssinn, Rätssinn, Rätssinn. Was? Mach' mir nur Bubbel. Okay. So. Ah, fein. Ja, aber okay, geil. Jetzt, ey. Was macht ihr da? Ich geh aus an der Bubbel. Ich auch. Ich mach' Zeit, Jungen. Ah, def. Aber gegen die Hyperviecher überhaupt nicht. Lass mal. Ja. Ja. Ja, Stein. SA, SA. Stein macht 5.000 an denen. Ja? Ja. Also 5 bei Stein. Boah, ja. 1.000 einfach, einfach. Stein spam. Erdbeben, 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 Erdbeben. Fuck. Stein spam. Ich bin tot. Kann mich jemand wiederbeleben? Hab' ich doch gerade. Danke. Ich erweck' weiter Tote. Ja, du brauchst mich jetzt nicht wegkicken. Ich bin dein Verbündeter. Ich wollte dich eigentlich renzen. Nein, der frisst mich. Ah, das war mal Blindgänger. Boah, E und S ist übel, die Kombination. Äh, D und, D und S. Probiert mal DS. Jo. Reißen, 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 bitte. Mich auch. Geht sofort los. Toll. 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 Wer hielt dir die ganze Zeit? Sterbe einfach die ganze Zeit und rett's, wenn er ist. Reißen, reißen, reißen. Geht los. Geht los. Geht los. Wer hat... Wer war das da? Ich nicht. Ich beschwöre die ganze Zeit Zombies und belebe ich mich. Wer hat diesen Massenmord verübt? Das war Januka. Hallo. Warte, ich mach hier nur Stein auf den Typen. Dabei brenne ich irgendwie mal selbst Zombies langsam nieder. Hä, wieso heil ich die, wenn ich SD mache? Kann mir das mal irgendjemand sagen? Oh, Alter, mich hätte hier grad einer von euch fast zerlegt. Wenn ich SD machen, warum... Leute, ich bin schon wieder tot. Kommt und friert den einer ein. Jetzt ähm... Eingefroren. Und jetzt rauf da, rauf da. Erdbeben dran. Ne Blitz. Ers down. Ers mal, retts mal. Zurich, er lebt's noch. Ers noch tot. Okay. Mach mal gar nicht SA. Wie hast du mit dem Rips erst mal? Äh, äh, SE mein ich. So kack, ihr seid ja. Zurichtung, was auch immer das ist. Ich mach Zeitzerrung. Cool. Was ist Zurichtung? Damit sterben irgendwie alle. Wir sind das Gegner da vorne. Ich bin tot. Fuck. Ich hab' mich noch reißen. Körmechen, reißen. Reißen. Ey, hier seid ihr oben drauf? Ja. Ich bin schon wieder da. Ich hab' mich noch runtergekickt. Reißen, reißen. Die mit den Hüten machen Blitze. Los, reißen. Ja, ich kann doch nicht aufziehen. Wasser, Wasser, auf die. Einfach Wasser. Ich belebe euch. Wasser, die machen... Fuck ey, die machen mich sofort tot. Reißen. Oh shit. Ich bin voll Stormotion gewesen. Reißen. Ah! Reißen. Kann ich rißen. Wow. Ich hab's ja gegenseitig noch gekickt. Nochmal. Mir egal. Oder eine andere Map, nochmal. Was steht eigentlich im Chat? Ich hab' guck da gar nicht mehr rein. Da stand gerade erst mal nix mehr. Also um 21 Uhr eins meinten sie, ja okay, im Moment sind sie, sind die wirklich über und dann, ja ja, meine ich. Also Alexander, ich wollte nur mal sagen, dass du jetzt bestimmt auch was vom Teamplay von denen lernen kannst. So wie das jetzt aussieht. Wer hat das denn geschrieben? Killer 15. Ja, den find ich, den find ich gut. Ja. Alexander ist auch noch da. Also die hören uns grad beide zu. Okay, alles klar. Wollen wir weiter machen? Ja sicher. Das eine Runde machen wir jetzt. Ja, tut mir leid wegen, äh, Game schließen und so gerade. Äh, also... Hört ihr mir zu? Gegen was sind diese Trolle? Ach egal, jetzt nehmen wir einfach die Schneemap. Lass mal ne Ice Map nehmen oder so. Hast du auch ne Maps? Habe ich hier gar nicht zuhause. Ich hab nur drei. Äh, wie heißt du eigentlich, wie heißt du? Awesome. Auch, auch im Dings. Ich weiß, Steam. Ja, ja. Awesome, Screed, ding. Äh, Awesome nicht gefunden. Warum hab ich dich grad eingeladen? Äh, ich kann nicht, ich heißt du. Also bei Steam. Awesome 005. Awesome 005, richtig. Awesome 005. Okay, hab dich da hinzugefügt, kannst du mich nur machen. Ich kann nicht beitreten aus irgendeinem Grund. Also ich bin schon drin, aber ich kann nicht, kein Ding auswählen. Hey, du musst da drauf klicken. Ach was. Hä, warum hab ich jetzt Swamp irgendwas in Einladung geschickt? Tja. Ich kann nicht beitreten aus irgendeinem Grund. Marc, ist das jetzt nicht erstmal egal. Du könnt, ihr könnt auch mir beitreten oder so nebenbei. Okay, ich bin drin. Ich kann trotzdem nicht joinen irgendwie. Ja, dann geh noch mal raus und wieder rein. Ganz einfach. Verbindet, verbindet, verbindet. Passiert nicht. Authentifizierung fehlgeschlagen. Ah, das hatte ich vorhin auch schon mal bei euch. Und dann? Dann hat jemand anders gehostet. Moritz, dann hoste du noch mal. Okay. Ich werde verbindend immer noch. Ich kann noch nicht raus. Mach doch Escape. Ah, host. Ich war drin, ich bin übrigens drin jetzt. Ja, toll. Jetzt bin ich grad wieder raus. Herausforderung. Okay, go. Welche Map hast du genommen? Noch gar... Ich nehme einfach mal... Schnee. Oder? Schnee. Es gibt nur drei. Achst du, du hast den DLC noch gar nicht, oder? Ja, dann nehme ich nämlich die Lichtung jetzt einfach mal. Sonst hättest du uns das machen können. Hättest du auch bei uns mitspielen können beim DLC, glaube ich. Glaub ich finde dich aber grad nicht irgendwie. Ich kann auch nicht in sein Spiel rein. Ich auch nicht. Jetzt könnt ihr... Nö. Nein. Wie nö. Das geht bei dir immer nicht. Ja. Kranke Scheiße. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Hä? Das steht immer ganz kurz verbindet und dann ist... Mr. Boomer ist auch drin. Was? Da sind doch alle drin. Außer Wirm. Der ist Wirm. Ich bin nicht drin. Mach... Jan Hooker, mach du einen auf. Ich bin drin. Hä? Wie das denn? Hä? Warum habt ihr jetzt wieder zugemacht? Hä? Achso, Junge. So. Jetzt wär ich reingekommen. Jetzt geh doch rein, Serratusa. Komm rein jetzt endlich. Da ist immer so ein Wirm, der connectet und dann weiß ich nicht, ob du das bist oder Komm nicht rein. Ja, dann... Lassen wir das. Äh? Mach ihn anders auf. Nein, der Server ist jetzt gerade voll. Ja. Der Server ist jetzt gerade zu. Kannst du ihn jetzt entweder auf oder zu machen? Was ist daran so schwer? Mach doch einfach mal einen Server auf. Ja, mach doch selber auf. Das geht ja nicht. Wir streamen zu. Ich streamen und Marcel nimmt auf. Ich hab ihn aufgemacht. Ich hab ihn aufgemacht. Joint mir einfach nochmal. Ich hab ihn aufgemacht. Joint mir einfach nochmal. Okay. Ich hab ihn aufgemacht. Moritz, du bist ein schlechter Horst. Hä? Nix bist du. Ja, du bist ein schlechter Horst. Du bist Silbernhorst. Marcel, bist du drin? Ja. Verbindet. Passwort. Lol. Verbindet. Und ich bin... ...nicht. In dem Server. Okay, kann losgehen. Ja, dann go. Und... Leute. Heal bringt absolut nichts. Man sollte... Es sollten alle Damage machen. Also... ...alle gegenseitig supporten. Ja, dann nimmt alle den Typen mit dem Huch. Ah, Schilde kann man mit E-Bo... ...mit Letters zu boosten. Was kann man? So dieses komische Schild. Ach so, ja, ja. Jetzt, äh... Macht euch erstmal hier alle, dass ihr wieder... Ah! Jungs, was war ihr da wohl hier? Ich musste das gerade austesten. Ruhig, Stein. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein.